Ich bin auf dem Weg zu Yolanda. Sie wirkt ganz abgescheid in einer kleinen Hütte auf dem Gorenberg. Und ich gehe jetzt mal schauen, ob ich sie finde. Sie haben doch tatsächlich meinen Zug verpasst. Zum Glück gibt es noch Dani, der mich jetzt die erste Etappe mitnimmt. Ich bin jetzt doch noch rechtzeitig am ersten Etappenziel angekommen. Und wenn ich mich nicht verlaufe, sollte ich 1,5 Stunden bei Yolanda sein. Hast du etwas gemerkt? Richtig, ich war auch mit dem Auto unterwegs. Diesmal per Anhalter und weil ich den Weg unterschätzt habe. Und jetzt bin ich aber definitiv auf dem richtigen Weg. Und eine Käse schneiden. Ich habe zwar ziemlich gearbeitet, aber schlussendlich bin ich doch noch bei Yolanda angekommen. Ich kann dir die Reise hier oben sehr empfehlen. Mach es einfach besser als ich. Nimm dich gut Zeit.